Herzlich Willkommen zu Ellenring, elektrifizierte Waffe, verleiht den Angriffen der Waffe in eurer rechten Hand die Affinität Blitz. Das muss eine einfache Waffe sein, nicht die speziellen und es darf auch keine Kriegsasche drauf sein. Gut, sie darf gelevelt sein, das ist in meinem Fall. Level 20. Opa, das ging aber jetzt schnell. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du trompetest erst mal nicht. Das ist, naja, nun sind die auch nicht. Übrigens für 90 Sekunden, ne? Ist das andauernd. Okay, jetzt die Frage, wie immer, wo bekommen wir diese Anrufung her? Das zeige ich gleich. Ja, ich befinde mich jetzt genau hier, Hütte des Künstlers. Hier in diesem Gebiet. Okay. Und hier taucht immer wieder ein Ritter auf. Der hat aber nur einmal das Gebetbuch des Drachenkultes bei sich. Ansonsten könnt ihr seine Rüstung farmen oder sonst irgendwas mit dem anstellen. So, mein Freund, nun komm mal her hier. So, reicht. Okay. Gut, das war's. Und dann habt ihr das Gebetbuch. Und ihr müsst dann ein Stück weiter hoch, nämlich hierhin, zu zur Kirche der Gelübde, zu Miriel Kantor der Gelübde. Das erspare ich mir mal. Ihr müsst dafür 4000 Runen bezahlen. Und dann habt ihr auch dieses Gebet, ne, die Anrufung im Prinzip, freigeschaltet. Und ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank.